Okay, deswegen habe ich keine Hotkeys zum Stream starten oder stoppen. Ich auch nicht. Vielleicht geht's mal. Offline. WTF, ich komm an die Leute. Die Leute denken so, hä? Nein, jetzt Leute. Kurze Pause. Ich habe auf dem Hotkey geklickt. Das ist was ich sehe. Genau deswegen benutze ich meine Hotkeys. Ich habe meinen Dings eingegeben. Mein Thun auf dem NumPad, weißt du? Ja, und darauf hast du wahrscheinlich Stream Stop starten. Genau. Kann ja mal passieren. So, ich habe jetzt aufgeladen. Jetzt hol dir mal 50 Stück, ey. Wenn ich sage dir, er wird nichts kriegen, dann holt er sich nochmal 50. Und dann kriegt er trotzdem 6 und dann lädt er nochmal aus. Weißt du was? Dann höre ich auf zu spielen. Für immer und ewig. Das sagt jeder, das sagt jeder. Und nach einer Woche zockst du wieder. Und nach einer Woche hat er schon wieder eine 50-Europa-Sniff-Karte in der Hand. Ja, ja. Ja, ja. Ja, auf die Münzen richtig. Nee, nee. Auf die Einkaufswagen, dann kriegst du meinen Thema-Name ein. Nee, 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 nee. Also, erst unserer, dann noch mich. Dankeschön. Vor allem Changeable Accessory Type. Ring, Necklace, Earrings. Bracets haben die noch nicht mal eingetragen. So, jetzt hast du das, jetzt hast du das da im komischen Kater unten. Ich hab's doch schon. Achja, er macht das da. Ich hab's doch schon. So, kurz hin von den beiden. Ich mach's immer so random technisch. Oh, was haben wir denn da? Ich sag. Okay, soll ich jetzt die ganze Zeit warten, oder? Nee, er kann's weitermachen. Das ist, also, das machst du jetzt. Das magst du erst. Er wollt, Defense, und so. Kann so lange weitermachen, ist ein Doppel-Crit-Damage. Ja, so lange eigentlich Doppel-Crit-Damage. Wenn du das nicht hast, dann ist ja so scheißegal. Okay, dann mach ich so lange jetzt weiter. Aber ich mach die Stats trotzdem mal ein paar Sekunden vor euch alle. Wir sehen den gelben Text mitten im Bild. Ja, wir sehen das schon alle. Also ist nicht Doppel-Crit-Damage. Du kannst weitermachen. Richtig. Ja, aber nicht einmal Critical-Damage. Also. Nee. Ich krieg jetzt schon Angst, wenn ich das mache, ey. Ach du schon. Das gibt es nicht, ne? Das wär... Oder? Nein. Einmal Critical-Damage fehlt. Einmal Critical-Damage fehlt. Oh, das wär so geil gewesen. Das wär jetzt wirklich schon zu nice. Ja, ja. Warum so ein Borderlands-Spiel? Ach so, stimmt. Aha, ich hab mir definitiv nicht geändert. Ja, was hast du denn so ein Borderlands? Das kenn ich ja noch gar nicht. Stimmt, ich hab mir definitiv gar nicht geändert. Warte mal. Good job. Nein, wir werden schon geändert. Das hab ich jetzt gar nicht gedacht. Nee, weiter. Das sieht doch wunderbar aus. Defensiv, wenn's Crypt-Asset. Ähm. Neuer Tank hier. Schon wieder? HP, HP, Crit-Damage-Skill. Ja, das wär nicht mal schlecht. Wär das Critical-Damage, und wär das als Bit noch critical damage, wär's gar nicht schlecht. Jo. Äh, ja. Ey, wieder fast. Drei von fünf. Äh. Aber wie nicht so. Das tut mir. Wie langsamer das macht. Hab's bei mir immer so durchgehauen, ne? Bis ich so richtig hatte. Hit, Hit, HP. Ne. Wär an sich nicht schlecht, wär da Doppel-CD drauf. Ja. Lernen automatisieren. Jetzt hab ich zweimal Critical-Damage. Warte. Warte. Äh, Critical-Damage. Oh, das ist gar nicht schlecht, aber... Attack, HP und Skill. So, ey, das ist perfekt. Lass, lass, lass. Das ist perfekt. Das ist gut. Das ist perfekt. Geil. Das ist perfekt. Wie unfair. Wie unfair. Wie unfair. Fehlt zwei Hit, aber lass erstmal. Das ist scheißegal. Kann er noch auf E-Rings gehen, hallo? Ähm. Sag mal. Wie unfair. Ja, dann roll mal die Zahlen hoch mit NCS. Das würde ich später machen. Mach erst mal deine E-Rings jetzt. Ja, stimmt. Mach erst mal E-Rings. Mach erst mal E-Rings. Korrekt, Jungs. Richtig gut. Wie viele? Zwölf Versuche, Alter. Das ist gut. Das ist nicht. Das ist ja quasi nichts. Das ist unfair. Nice. Ja, den Racket würde ich erst mal so lassen. Bis du hinterher wirklich gar nichts mehr hast. Ich glaube, ist dein Defense-Diener okay? Ja. Tut mir leid. Wer Lügen verbreitet, den glaubt man nicht mehr. Block-Skill-Evoid, DS. Ja. Es wird sich für dich halt erst lohnen, wenn du halt den Digimon ASP hast, ne? Ja. Aber da kommt auch CD rein. Ja, da kommt auch CD rein. Apo auch, ja. Aber Apo ist so ein Grenzfeuer. Bei Aux sind 800 nicht wirklich im Unterschied, ne? 800-Skill. Skill, Hit-Rate, AP und Attribut. Ne. Aber ich hab keine... Bis jetzt kam noch gar kein CD. Ja, das ist wichtig, dass du das hast, ey. CD ist ein bisschen selten auf E-Rings. Ein bisschen. Ist gut. Also CD, CD ist selten. Wenn wir heute, Attribut, Defense, Block... ...äh... 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 ...schmilack hier einfach mal. Block-Geld. Jetzt mach ich aus, was ich jetzt noch mal neu. Das wär's. Zieh's... Zieh mal das... Oder zieh's in eine andere Tasche. Ich zieh's an. Der hätte doch nicht einmal kürtige Damage drauf gehabt, ne? Ne, das ist es ja. Ist voll gucken irgendwie. Ich glaub, wir haben alle Astrumsets, ne? Du hast ja auch AT da drauf, ne? Das ist... Warte, ja. Die Wessel haben wir schon da. Ja, dann hab ich noch. Sollten wir haben, ne? Joa. Ich bekomm gar keinen Crick. Er hat doch nicht einmal kürtige Damage drauf gehabt. Er hat seinen Lack verbraucht für heute. Hehehe. Ja, ich finde noch ein paar, äh... Wo sind es wieder? Ein paar viele. Ja, immer noch nicht. Für dich jetzt. Immer noch nicht. Wenn ich bedenke noch... Wenn ich bedenke, dass ich meine Radiant Jeans noch machen muss. Ne, ich hab meine zum Glück fertig, ne? Also, da bin ich so froh drüber. Und ich hab erstmal nur meine Aura an. CD CD Attribute hat meine. Ja, ich hab meine Aura an. Meine Radiant Jeans sind doppelte Ausführungen, gerade im Lager liegen. Komm. Ne, ich hab meine Radiant genauso gekriegt, wie ich es wollte. CD CD Attribute. Das wollte ich genauso haben. Bin ich am besten. Ja, Felix hat garantiert gleich, wenn er fertig ist mit dem Link, nochmal kurz die Endresultate. Ich hab noch nicht einmal Critical Damage auf diese Scheiß aufgenommen gekriegt. Wie unlucky der ist. Ich so. Das ist der Hammer. Der Hammer ist der Hammer. Also, jetzt hast du alle schon verbraucht. Du hast alle den ganzen Tag verbraucht. Critical Damage, huuuu. Wie oft? Einmal? Ja. Na gut, das... Was hast du noch drauf? Oh, ne. Ah, muss los. Muss los. Oh, zwei Mal Critical Damage. Oh, warte mal, dann müssen wir warten. Spoiler doch nicht. Ja, das ist 2-Ker-Hits. Ja, das ist 2-Ker-Hits. Du musst schon mindestens 2-Ker-Hits. Und der Titel vom nächsten Event gibt auch nochmal Hit. W-Ker. Wie heißt die? Äh... Irgendwas mit Fallen Royal Knight. Jetzt... Jetzt hol mal deine Flameneck aus dem Dings aus. Aus dem Warehouse. Zum Tankeneck. Mit HP. Zählt ihr noch? Eine mit Hit-Build und Attribut oder Hit-Build. Ne? Ja. Aber nicht Spoiler. Jawohl, Alter. Der ist der jetzt. Kriegschens. Ja, hallo. Der ist der. Beste. Warte mal. Ne. Naja. Kein Squid Dammit scharf. Kritiker Dammit? Ne. Schade. Fehlt nur eigentlich Attack Speed für Kritiker. Das wäre dann gut gewesen. Schade. Achja. Ja, da fehlt Attack Speed. Ne, ja. Also Attack ist nicht mehr so wichtig. Das sind nur 400. Dazu interessiert wirklich keinen. Also wie kann man... Mit 50 Euro zu essen. So viel erreichen. Das ist schon unfair, ne? Streamer-Luck. Ah, ich sag's so. Nein, er hat nur Reichweil als Streamer und so. Er kann selber alles gönnen. Auf jeden. Ja, weißt du. Ich mach den Stream an. Erstmal krieg ich direkt zwei Werbungen. Aber ich verdiene dadurch ja nichts. Warum nicht? Kriegst du keinen Werbeinnahmen? Ne, er hat noch keinen Subscribe-Button. Ach so. Warum krieg ich denn Werbung? Für Twitchen oder was? Was ist die unfair? Der Twitch schaltet generelle Werbung ein. Ist fair. Ja. Attack Speed. Ah, schade. Nur kritische Damage fehlt eigentlich. Ach, miss. Miss. Werden sie mir ins Lager packen. Der würde ich direkt die nächsten 200 verkaufen. Die nächsten 50 OTS holen hier, ne? Gleich. Ja, nicht 50. Ich glaub weniger. Warte, warte. Warte, warte. Ah, hi. Attack Speed. Oh, fast perfekt. Attack Speed nur. Nur Attack Speed. Warte, fertig. Du hast keinen Ring im Lager, ne? Ne. Braucht er doch gar nicht. Ich hab's doch, Toy Tick Attacker. Ich hab's doch auch einen Aura dringekommen für mich. Der ich nicht brauch. Schade. Ach, wie genau. Weil, Ihm ist immer der Attack Speed da fehlt, ne? Mies. 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 jetzt hat er blut gelegt es wird sich nicht lohnen macht keinen unterschied kein unterschied mehr damals hat es gemacht ja da war glaube ich für 1 hat am wenigsten bezahlt nur eingeholt hat damals weißt du das noch bei diesem stück nummer felix ich möchte gleich mal an sag wahrscheinlich in den cash ob es so ist ja ich glaube ich will erst mal nur 20 2 mal 10 man warte 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 mal oder was das war ein lager muss ich in ruhe ach krass den ring ja für attack attack dann hol ich dann ja dann hol ich doch noch von 50 stück er hat blut gelegt ich schwöre es dir er ist richtig drin so neue 50 stück holen und du kannst du sogar noch mal für 25 krone 5 stück holen du hast noch 25 bonus krone ja das ist nochmal 20 er hat mir gleich schon den nächsten er hat mir gleich schon den nächsten uff ja ich habe mal ein äh ja können wir vielleicht kommt es ja hallo eben wir sind bei avatar avatar reinforcement wirklich aha so natürlich option vier schützt jetzt nochmal aus das war ja groß ah was war dann attack 1 critical damage und 1 ja komm einer ja haha es sind nur 2 2 2 qual also du er hat auch noch bei mir perfekt weiter gehts ja äh ne oh nein ne perfekt nicht die ganze Zeit gefehlt critical damage in der expeed attack weiter die wir so schade 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 so also theoretisch können wir von mir aus ähm arena oder so machen ja können wir vielleicht wir warten wir schon seit einer links auf der die hat du wirst halt merken Felix du wirst richtig viel mehr schaden machen ne wirklich richtig viel mehr schaden machen aber du wirst halt noch missen wie so ein Er wird sowas vermissen Ja Der MatchDefenseDefense Ey, ist schon wieder Ne, 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 ne Ich werde auch noch 5 Stück mehr Ja, da muss doch Rino ins Leck nutzen Ja Wie kacke hier, ey Ey, du hast heute schon gute Sachen gekriegt Lissen Der MatchDefense Lass erstmal, lass erstmal, bis du bis du einen zweiten Neck kriegst Lass erstmal Ja, du hast doch ein zweites Das stimmt, ja Zwei Flame Necks Behalt den und mach jetzt mal einen Ringwarte Nimm den anderen Flame Neck, das würde ich erstmal so lassen als Back Aber das ist nicht schlecht Aber soll ich die jetzt schon mal ausrüsten? Ja, ja, ja Die alten, du musst das immer schließen, alles zu da Wenn du auslust Ja Das ist echt gut Weil wenn du, jetzt mal ehrlich 400 AT in der Meta ist nichts Das ist nichts Das ist nichts Jo, hast noch mehr HP, bist du bei 13.000 Guck mal ein HP bei Ja Okay, da kommt jetzt der Ring jetzt erstmal Mach doch die Neck, oder? Du hast einen guten Ring, mach die Neck weiter Zeig mal deinen jetzigen Ring Ja, zweimal Attack, zweimal Attribut Ja gut, für offensiv ist das schon nice Warte, öffne den Ring, guck erstmal wie das aussieht Genau, guck mal was du darfst und für das Test drauf bist Jetzt kriegst du ja wahrscheinlich Attack, Attack, HP, HP Ja, direkt ohne umzurollen Ja, das wärs Nee, ist scheiße Ach der muss ja auch noch auf 200% gemacht werden, ne? Ja, das ist nebensächlich Das ist das einfachste glaube ich Ja, soll ich den jetzt einfach machen? Ich weiß nicht Ich würd mir Ich würd mir Was ist dir wichtiger? HP oder Attack? Also wenn du HP behalten willst, dann würd ich den Neck einfach drüber erst mal Das lohnt sich halt mehr für Arena erst mal, ne? Wenn er sowas macht Mit HP Ist wär schon gut Ja, mach erstmal Ring Mach den Ring, genau Mach den Ring, genau Und da hast du jetzt auch nochmal 30 kostenlose Rerolls Ja, wieviel Wann soll ich da drauf machen auf den Ring? Attack, Attack, HP, HP Oder Attack, Attack, HP Und dann erstmal Red Limps Das wär auch erstmal noch Bis du mehr hast Okay Aber ich hab halt keine Hitrate Scheiße, ne? Ja, es wird erstmal eh keinen Unterschied machen Nicht so wirklich Weil was bringt dir Hitrate, wenn du nur Schaden Also gefühlt nie, kein Schaden auch vorhin, weißt du? Hm Du kannst du Ich würd mir auch ein zweites Paar E-Wing auf jeden Fall holen uns ein zweites Breakdown Was du dann halt nebenbei fertig machst, ne? Mach ich mir auch Das ist einfach Pflicht irgendwie Weil jetzt einfach zu riskant ist Jetzt krieg ich ja nochmal Attack, 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 Attribut Attribut, ne? Das wär's Ja, würd ich sagen austauschen, weil die hier Max jetzt Ja, ja, ja Weil Attack, 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 Attribut ist ja eigentlich besser Ist ja keine Attack, oder sowas Ich hab auf meiner Neck Wo ist die Scheiße? Hab ich denn hier? Ne, ich hab sie hier Auf meiner Neck hab ich Auf meiner Neck hab ich MaxHP, kündige Damage, Attack bieten Attribut Lohnt sich einfach mehr als Attack, Attribut Oh Weil was juckt nicht 400 AT Das ist nichts Was hast du drauf? Äh, Attack, Attack Äh, ne Attribut, Attribut Attack Alter, diese Schatz abgefeuern Äh, äh Ja, ich hab davor noch nie was bekommen Dass sie failt, das ist mega nervig Das ist schwarz denn einfach Gerade wieder eine gefailt Hier sind zwei Boxen davon Ja, das ist jetzt, da hast du doppeldings, na? U Weil Das ist schon unfair Oh, ist das ärgerlich, ey Er kriegt nur DS der Typ Er kriegt nur DS Ah, 1-Stat Ah, 1-Stat 1-Stat Junge, Junge, Junge Ey, dass du keine 1-Stat OCS rausbringen, ne? Ich schwör, dass der Es gibt welche, aber Spiele haben drauf keinen Zugriff Was, ja Warum mal, ich will gesagt, hier rausbringen Wirklich für uns Was wär so ne Erleichterung, ne? Aber die wär noch sau teuer, vermutlich Boah, bestimmt doppelte von normalen OCS die jetzt im Chrome Mehr Mehr Ich weiß mehr Ich weiß mehr Du kannst damit deine Dinger wirklich mehr als Perfektion Alles perfekt machen Ich werd auf 50 Chrome-Potei tippen Vielleicht, vielleicht sogar mehr Du kannst deine VR wirklich zu 100% perfekt machen, deine ganzen Teile Perfektes Perfektes, äh Perfektes, äh Tank Gear Perfektes, Dimage Gear Wär zwar mega geil, aber aber du hast ja schon ein ring der gut er ist schon wieder ein das ist jetzt noch nicht einmal doppel attack gehabt habe ich jetzt wieder und immer nur ein renewal benutzen ja weil du ja vielleicht in fünf er hat immer wieder hp er kriegt er die ganze zeit um ein stück kommt schon baby gibt mir zweimal athen wenigstens wie die mann 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 geht weiter level und und das um das ist mir nicht ganz so dagegen er hat auch noch zuerst Ja und dann müssen wir noch die NCS machen. Na ja, sterb's für die Bracelets. Oh, die letzten fünf Versuchen kommen. Ne. Kommen wir wenigstens zweimal AT. Gibt den nicht. Dreimal HP, Alter. Warte, dreimal HP und was? DS. Oh, schade. Ich glaub, das liegt nicht mit dem Ring. Ist ja nicht schlimm, du hast ja noch einen guten Ring. Von daher... Das wär ja jetzt echt Wunschkonzert, ne? Ja. Ja, das war's. Du hast doch noch, du kannst doch noch 20 holen. Ja stimmt, du hast doch noch 20 holen. Ach, ich hab ja noch welche. Jawohl, Bonus-Kronen! Jaaaa! Wie kann ich die denn holen? Auch mit Einkaufswagen? Ja. Wie gesagt, die Bonus-Kronen wurden... Ja genau, die werden immer zuerst. 26, das heißt, ich kann fünf Stück noch holen. Ja. Vielleicht wird's was, vielleicht auch nicht. Naja. Dann weiß es nicht. Abwarten. Ups. Äh, warte, 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 warte. Und unten rechts, du hast einen Einkaufswagen gepackt. Du kannst unten rechts einfach auf... Mach mal einen Rechtsklick auf eins der OCS und dann auf Buy All und drücken. Du hast jetzt praktisch einen Einkaufswagen im Care Shop. Ich weiß aber, ich hab mir das jetzt so geholt. Na genau so. Fünf Stück noch, komm. Wir holen hier alles raus. Alles. Alles raus, Leute, alles. Und wenn das nicht hilft, der Käfer wieder. Ja, nochmal Puffi aufhören. Nee. So. Guten Morgen lesen wir in der Zeitung, Felix verstorben. Boah, der hat mich erschlagen. Hahaha. Hahaha. Attac, attack. Hahaha. Das Spiel hasst mich. Das Spiel hasst dich? Das Spiel hasst dich? Hast du schon grad gesagt? Schon wieder attack, HP, HP, defense, Alter. Hahaha. Let's the roll out. Warte, du sagst das Spiel hasst dich. Du hast innerhalb von 100 OCS drei Items gut gekriegt. Okay. Ja, machen wir dann eine ZTG. Ja, warte, ich mach doch jetzt noch die Bracelets hier noch. Ach so, ja. Du musst ja noch... Ja, du musst ja noch... Er muss ja noch NC... Ja, können wir machen. Er muss ja noch mit NCS in die Bracelets hochkriegen. Ja, sowas ist heiß. Also bei Attack, bei Attack sind glaube ich 450 Max. Nee, 500. 480. 480. Genau, 480. Und bei CD ist 24. Und bei... Was hast du noch drauf? Skill, ne? 800. Also 400 übrigens. Ja, Felix was auch noch im Casual aus NCS. Ehrlich? Nee. Ich hab über 400 NCS, ey. Wenn man die Dinger einfach nicht benutzt. Ja. Also dann mach ich... Was mach ich denn als erstes dann auf Max? Crit Damage, ne? Crit Damage. Wart ist da Max? 24. Also hinten 24 in den Kameraden, ne? Ja, hinten 24. Also wenn du 23 hast oder sowas würd ich lassen. Ich bin auch auf über 23 gegangen. Ja, ich bin 23,9,7. 22,9,4 seh ich. Das geht ja mal gar nicht. Richtig. Du bist mindestens 23. Mindestens. Also ich bin bei 23,7 und 23,6,8. Du musst auch Doppel-Quid drauf, das ist unfair. Ich kann so Anlagen gehen, ey. Du musst Doppel-HP drauf und die haben auch Hit-O-Welt drauf. Das ist gut. Also im Grunde, ich hab die perfekten Tank. Aber dafür braucht man die auch, die zum Rollen, die Power-D-Ga-Ga. Nö, 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 nö. Jetzt kann ich die wiederholen. Ah, ne, ich hab dann noch ein Stück. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Und du hast in deiner letzten Tasche, auf dem letzten Slot hast du einen. Ja. Ja, ich seh's. Aber wie gesagt, wenn du die Braus-Notschuss hab ich noch hier 50 Stück oder davon. Nö, 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 nö. Nö, nö. Keine Wurge, keine Wurge. Keine Wurge, keine Wurge. Jetzt gib mir noch mal 23 Prozent. Äh, ey. 21,8. Nein, 23 mindestens. Puh. 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 Über das unter 25 geht gar nichts. Oh, 13, Alter. Du, 12. Ich baller da jetzt einfach die Dinger rein, hier. Ich hab ja mal. Ich schuck. Nö, ich holste dir. Ne, ich mach noch bis 30 da rein. Felix, du musst das Fenster nicht schließen. Du kannst einfach das nächste rein und dann reinziehen. Ja, eben. Musst nur wechseln. Ich will eh hier bis 20. Ups. Ich muss da die anderen alle auch hoch machen. Also kann ich auch bis 30 die machen. Und der kriegt das alles, weil wir erst den Versuch und hat nur 5 verbraucht. Ja. Das ist ja Sinn. Ich mach es trotzdem nie. Ich mach immer nur 5. Ach, die Teile haben sogar einen Max von 20. Ja. Boah. Ich bin höher. Da ist immer nur 5. Boah. Ich bin höher. 2,1. 23,38, Alter. Lass, 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 lass. Jetzt nimm das nächste. Das ist gut. Das ist richtig gut. Und pass auf, dass du bevor du auf, in Chantman drickst, hast du auf einen anderen. Ja, ich weiß. Ich weiß, hab ich schon. Das ist mir schon mal passiert, ne? Oh, 22,51 bei mir. Nee, nee, weiter, alter. Oder wie viele NTS hast du noch? Das ist die Frage, ne? 23. Ey, lass lieber. Nein, es geht weiter, ich hab weiter gemacht. Ach, super. Er hat Blut geleckt. Er hat Blut geleckt, aber wortwörtlich. Jetzt geht er durch. Jetzt geht er durch. Jetzt geht er durch 30%. Ich denke, du musst auch noch ihr Tech hochkriegen. Nee, das ist, glaub ich, erstmal egal bei ihm. Er hat das ja schon auf 400. 14, ey. Ich hätt's gelassen, ne? 13. Boah. Mach aber 11. 11 ist perfekte Zahl. Ja, 11 ist das Beste. Jetzt kriegst du ja gleich 24. Perfekte Zahl. 21,98 hab ich. Das ist schon besser, ne? Ja. Aber ich will 23. Hm, mindestens. Ja, deswegen. Unter 25 geht gar nichts. Immer noch. Weißt du, nicht mal selber hat einen 25, weißt du? Gibt's doch auch gar nicht 25. Maximalisieren. Deswegen sag ich jetzt nicht. Ach sooo. Vielleicht kriegst du 10%. Ich schwör's dir. Ich glaub, nötiger der fehlt gar nicht. 23,557. Bam. Lass. Lass. Mal weiter. 23,8 mindestens. Jetzt mach ich Attack. Wie viel ist da? Attack ist maximal. 480 ist maximal. 480. In Klammern. 480. Okay. Wie viel hab ich denn hier noch drauf? Ne, wie viel hast du an HP auf deinem Bracelet? 1300. 1600 ist Max. 900 jeweils. 950. Bei beiden. 960 oder so hat man glaub ich gesagt, das ist Max. Ahhhh. Also ich hab 957 und 952. Kann er mit 960 ca. Max sein. Ja, ja. HP kann ich auch noch holen, ne? Ja. Aber ich würd erstmal Attack Warrior. Okay, 480 hab da gesagt. Das ist ja ne ganze Menge HP. 480. 2x 1900 HP dazu. Also mega viel. Ich hab mit Hagurumon genau 12.000 HP. In der Rookie, ne? Ja, ja. In der Rookie. Und ich bin halt dieses, äh, Apoha-Guru, ne? Also, das Opferding. Ist das von den 4? Da du das, ähm, Ding. Machst du das auch? Klar. Bin ja grad voll dabei. Ich hab mal das Pack schon geschenkt gekriegt, ja. Mit dem Sponsor aus. Eben. Ach, hast du die geschenkt gekriegt? Ja, event. Ja, beim Game-Event. Haben er und ich erstmal vorher reingelackt. Ich hab beim Halloween-Event halt. 475. Oh! 480 ist Max und ich. Ich wollte erstmal die 480 weiterholen. Und ich hab nur noch. Jetzt mach ich noch HP, weil ich hab noch 6. HP ist glaub ich 1000 Max. 1000, ne? Ne, 69 hatte ich glaub ich ausgerechnet. Wie viel ist mein HP? 900. 900. 900. Ich hab immer nur noch 4 Stück. Ja, mach lieber. Mach lieber. Skill oder sowas. Skill ist eh. Der hat doch noch welche. Ja, der hat doch noch welche. Ja, aber 4 Stück noch. 18 Stück. 18, du hast noch welche im Warehouse. 18 Stück da. Ne, bei dir. Ja, da sind doch noch 18 Stück. Wo denn, Alter? Ihr seht das alle besser wie ich. Ah, da. 16 Stück noch. Ja, ich seh's. Oder 18. Und du kriegst noch 2 durch Login. Ja, du hast noch welche im Warehouse. Oh, Jungs. Bei dem Cashwarehouse. Ja, da. Boah, ich hab noch ganz viele da, Alter. Oh, dreimal. Ganz viele da. Ja. Nicht nur Cashwarehouse, sondern auch bei den Login-Items. Ja, da. Ja, ich brauch aber jetzt wieder die Powerstones dafür, weil... Du hast doch noch welche, glaub ich, ne? Ne. Ne. Alle verbraucht. Renewals. Na, warte, ich geb dir welche. Wie viel brauchst du denn? Wie viel hab ich denn jetzt insgesamt? Ich hab jetzt... Wie viel... Wo sind denn hier meine Dinger? Warte, ich geb dir einfach mal... 21 Stück hab ich jetzt. 21 und 4, 25. Das heißt, 5 Renewals bräuchte ich höchstens. Ja, ich geb mir die... Nein, ich muss mal... Den Rest kann ich dir ja wiedergeben. Nein, nein, nein. Ich hab doch 5 genauso. Danke. Jo. So. Gucken wir jetzt mal weiter. Scheiße. Also fast ein Level jetzt. Ah, 25 Stück hab ich insgesamt, ja. Gut, hier hab ich jetzt noch 6 Stück drauf, na gut. Ich baller jetzt einfach nochmal. Dann hebe den da drauf ein. So. 11, komm, machen wir 16. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Und gleich kriegt er, äh, genau. 69. Sehr schön. Wernig, bewegt deine Hand nicht zum Entschalten, bevor du das Klick der Menschen nicht weggemacht hast. Hm. Er macht das gleich weg, ich schwör's dir. Nein. Ich hab's auch beinahe weggemacht. Wenn wir das eine machen. Ich hätt die 904 eigentlich gelassen, ja. Nein, das geht höher, glaub mir. Ich will nicht, geht's höher. Ich hab's ja also daher. Ja, ne, ich hätt's trotzdem gelassen erstmal. Wieso? Ich hab doch die Stones. 951. Das lass ich aber. Äh. 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 Was ist Max? Was ist bei... Was ist bei Skill Max? Äh. Skill... Weiß nicht. Wie findest du auf E-Rings Skill Max? Äh. 800. Hast du das nicht 1000? Ja. Also 1500 in den Klammern. Warte, warte, warte. Äh. 500 in den Klammern? Warte, 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 warte. E-Rings haben Maximum Skill 300. Rechner. 300 mal 1,2 sind 360, da kann man es nicht stimmen. Äh. Äh. Wie viel Skill hast du drauf? Äh. Ja. 496. Im Klammern ist er 248. Ich glaub, das kommt wirklich hin. Ne, ne, ja. Ich glaub mal 600 ist Max. Also 300 und 600 ist Max. Also ich hab 250 im Neck. Davon haben die wahrscheinlich auch 20% genaut. Gleich 300, ja dann kommt man auf die 300 von... Ich glaub das kommt wirklich hin. Also machen wir erst mal Arena, ne? Ja, also dann kann ich die doch erstmal lassen, oder soll ich höher machen? Ne, lass erstmal. Okay, lass das. Du machst eh keine Skills. Nö. Also kannst du die auch nicht verschwenden. So, dann kann ich jetzt mal zeigen, was wir hier gemacht haben. Also... Das ist fucking unfair. Also Bracelets gerollt auf CD, CD, HP, Attack und Skill. Dann die... Flameneck, Attack Speed, Critical Damage, HP und Defense. Ist so schlecht eigentlich. Soll ich Apo nehmen oder Imperial Drummond für Arena? Imperial Drummond. Und die Ohrringe 2, CD-Skill und HP. Ja, ja, deswegen freu ich ja, weil... Obwohl halt Eatenrate geil wäre, aber... Ja, komm. Ich komm mal impfen. Wie viel Leben hast du jetzt eigentlich auf Sousa? Geh mal auf Sousa. Du hast bestimmt richtig viel Leben. Ja, ich spring erstmal hier alles weg. Eben, mach mal dein Vital Clear. Ich lass mal in Vitalia machen oder so. In Vitalia, was ein Luxus, den ich nicht habe. Ich auch nicht. Wenn meine 3 Slots ich immer frei habe. Immer überhaupt. Ich hab immer ne Tasche frei. Oh, hier ist alles gesaved. Dann geh ich mal hin. Wie viel Attack hab ich denn denn? So, hier. 5800. Ohne Buffs. 5800. Ohne Buffs. Dann geh ich mal Susano. Ich guck auch nicht, wie viel ich auf meinen Susano hab, ne? Äh. Entschuldigung. Okay, sonne weite. Warum hast du mir doch keinen Blue Weiß? Weil ich das noch nicht hab. Das kostet doch nix. Äh, lol. Hätt ich mal wissen sollen. Ich hab meins gerade erst verschärbt für 27. Er sagt aber nix, ne? Klimm, ne? Also ich hab jetzt... Egal, krieg ich safe nochmal gar nichts. Hier sind die Stats von Susano. 16.000. Das geht. Mal gucken, wie viel mein es hat. Ist okay. Ja, ist okay. Ja, ist okay auch. Full buff hat er dann so 26k ab. Och, nö. Mein Doppel-Car-E-Buff ist abgelaufen. Äh.